Gandalf gab es wirklich. Oder so ähnlich. Der britische Philosoph und Magier John Dee, der mit seinem Medium Edward Kelly im 16. Jahrhundert versuchte, mit Engeln zu sprechen, diente Tolkien als Vorlage für die Figur des Gandalf. Und das ist nicht alles. Wie Tolkien hat John Dee eine eigene Sprache entwickelt, mit der er angeblich mit Engeln und übernatürlichen Wesenheiten kommunizieren konnte. Diese hinochische Sprache besitzt eine eigene Grammatik und Lexik. Manchmal ist die Realität fantastischer als die Fiktion. Erfahrt mehr über John Dee und vielem mehr in unserem Podcast Alle Zeit der Welt.